Es ist wohl nicht schwer zu erraten, wo wir uns hier befinden. Und außerdem ist Kaiserwetter in Mechters angesagt. Diese Bilder sind zwar erst gegen Ende der Flugsaison entstanden, sollen uns aber an die wunderschönen Tage dieses Herbstes erinnern. Hier der Manfred mit seinem Bussard, der erst vor kurzem eingeflogen wurde. Na so, die Herd, oder? Ui, jetzt bin ich auf uns durch. Die Freude über seinen Bussard kann man ihm ansehen und ist ja auch begründet. Na und wenn es einmal nicht so richtig funktionieren mag, dann ist der Lino Ahans immer ein gefragter Helfer. Und er macht es ja auch gerne. Noch einen Hans haben wir da, den Hans Zachermehl, den man beneidenswerterweise an jedem Wochentag bei passender Wetterlage am Flugplatz treffen kann. Diese Aufnahmen sind bereits Geschichte, weil die Jodel nach zehn Jahren Schleppbetrieb in den wohlverdienten Ruhestand versetzt wurde. Stefan Binder fliegt den Segler eine ASW 15B und Vater Karl die Jodel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch die Hubschrauber waren noch da und nützten das schöne Wetter. Zweimal Z, Zellerbauer und Zöchbauer. Und ein wunderschöner Hubi im Schwebeflug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss noch der Roland Mayer mit dem jüngsten Kind in seiner Flugzeugfahrt. Bis zum nächsten Mal.